Was ist eine Erfahrung im Garten von meinen Großeltern in Berlin? Die ist einfach geblieben. Die ist immer geblieben. Und ich habe da am Anfang überhaupt nichts, ich habe sie nicht vergessen, aber ich habe auch nichts Besonderes dabei gedacht oder so, bis viele Jahre später Dürkheim einmal zu mir sagte, das ist eine wichtige Erfahrung. Da habe ich erst gemerkt, dass es in der Tat wichtig war. Ich kann sie jetzt noch sehen, diese Blume. So eine kleine, wilde Butterblume, denke ich, war das. Ja, andere Erfahrungen aus der Kindheit, als wir 43 während des Krieges in Barcelona auf Besuch waren, bei meinen Großeltern, weil meine Großmutter krank war, bekamen wir die Erlaubnis. Da sind wir auf den Montserrat gefahren. Meine spanische Familie, die aus Barcelona stand und Umgebung, die fuhr jedes Jahr rauf auf den Montserrat. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Meine ganze deutsche Familie ist evangelisch, lutheranisch. Ich hatte so eine riesengroße Kirche noch nie gesehen und es war auch ganz besonders. Der ganze Montserrat, der war in Nebel gehüllt und auf einmal kam man in diese enorme Basilika rein und da war was. Da war was. Und seitdem weiß ich, dass ich zu mir gesagt habe, dem will ich leben. Diese Sache, die ich überhaupt nicht kannte. Ich hatte auch noch nie eine Schwester aus der Nähe gesehen oder sowas. Es gibt in der spanischen Familie bei uns keine Priester, keine Schwestern, aber wohl in der deutschen Familie Diakonisten und evangelische Pfarrer auf verschiedenen Dörfern. Das ist eine fromme Familie gewesen. Mein deutscher Großvater war Freimaurer und ein Vetter von mir ist es in Hamburg. Und die spanische Familie, obwohl wir immer auf den Montserrat fuhren. Der Montserrat ist viel mehr als nur religiös. Das ist eben Katalonien. Und ja, das war was ganz Besonderes. Immer wenn man da rauf fuhr in so einer kleinen Bummelbahn und die hielt dann unterwegs und da war da so ein Hund, der machte Männchen. Und dann wirft man was raus. Ja, das war eine ganz andere Welt, die ich eigentlich nicht kannte. Aber da war etwas ganz tief Geheimnisvolles. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen irgendwie. Und ich habe auch später, als ich, also ich war dann später auf der Suche nach einer Gemeinschaft, wo man das leben konnte, nicht? Und zum Beispiel den Ring, den ich hier trage, dem wollte ich eigentlich dem Montserrat schenken. Und auch schließlich und zuletzt ging ich im Ring zu den Frauen von Britannien, viele Jahre später. Vielen Dank.